haben sie das ich wollte eben kurz was machen hey das funktioniert, ok, eine Sekunde eine Sekunde Jetzt ist es klar. So. Das ist übrigens links unten das nächste Emote, sobald der Slot freigeschaltet ist. Also ich muss ja immer trinken, deswegen, ich brauche da einfach ein passendes Emote. Und sobald der Slot freigeschaltet ist, blende ich das nächste ein. Ich kann euch aber grad nicht sagen, wie viel noch fehlt. Da hat's Yuna aber sehr viel Mögen geben, ja oder? Ups, das war zu schnell. Na gut. Nein, keine Zusammenhänge. Alles gut. Ich weiß es, zu viele. Vermutlich. Können wir eben gucken. Hallo, Hilda? Ich hab immer Zeit, also. Ich habe doch gar nicht geträumt, du hast doch selbst Löcher in die Luft gestarrt. Ha! So, wir streiten uns jetzt darüber, wer mehr Löcher in die Luft gestarrt hat. Ja. Es ist schwer zu sagen, was passiert in der Skull von deinem. Dein Expresse ist immer blank. Komm schon, schau. Hahaha. Hör aber nicht nach. Ach komm, so schnell beißt du nicht ins Gras. Du bist keineswegs ein Schwächling. Ich möchte, dass du mitkämpfst. Du bist kein Schwächling. Hast du mich noch mal gesehen, Professor? Schau an diese neugierige kleine Arme. Ich sollte alle von den Seitenhänden kreieren. Es wird sicherlich die Jungs-Morale verbessern, nicht wahr? Wow. Du sollst die Angelegenheit etwas ernster nehmen. Warum streitest du dich mit zu kämpfen? Warum tut das? Wie tut die das? Es fehlen 25 Emote-Punkte aktuell. Däh, Emote-Punkte. Aponenten-Punkte. Das sind Emote-Punkte. Das sind Emote-Punkte. Das sind Emote-Punkte. Weiß ich auch nicht. Ich habe es falsch gesagt. Aber ich gebe dem Emote, was ich ins Bild gehangen habe, 10 von 10 Emote-Punkten. Nein, muss er nicht. Muss er gar nicht. Darauf soll ich einen trinken? Okay. Prost. Der haut schon immer viel zu viel raus. Laira und Hilda um den Überschützungs-Level C erreicht. Wuhu! A, B, C. A, B, C. Das war ja auch nur ein Vorschlag. Ich war heiß. Ich finde, 5 Slots eh zu wenig. Ich brauche viel mehr. Ich habe so viele Ideen. Das weiß ich noch nicht. Ja, mir geht es gut. Ich sehe. Das macht mir besser. Aber trotzdem. Sei vorsichtig. Wie sieht es so anders aus? Ich weiß nicht. Ich habe mir die Haare gefärbt. Ne, die Augen sind grüner wie vorher. Seidentaschentuch. Ein weißes Taschentuch aus Seide. Gehört vermutlich einem Adligen, dem Körperpflege wichtig ist. Oder der gerne aufgibt. Hier, ich werfe das weiße Tuch. Ich habe aufgegeben. Nimm. Nimm. Nummer 5 ist ein Schluck auf ihm heute? Leider nicht. Also, ich hatte Yuna schon bei den ersten drei gefragt. Aber sie wusste nicht, wie man das darstellen soll. Deswegen würde es keinen Blutschluck auf ihm heute geben. Oh, der war gemein, Mikrofilm. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es darstellen soll, also hey. So. Ficks oder sowas? Ja, als Schrift ja, aber so mit Personen, das wär ja, hm. Schwierig. Da ist sie. Dieser Keiler, warte, wer? Von wem redet Felix? Oh, ich glaube, er redet über Dimitri. Die Grasenatzen, was? Das ist Kratzen. Die Grasenatzen. Mikro war auf falschen Chat. Ah, okay. Das ist ja nicht die Grasenatzen. Das heißt, das heißt, ich habe noch nicht die Grasenatzen. Aber das ist ja nicht die Grasenatzen, weil ich jetzt nicht die Grasenatzen habe. ist nicht das halbe für alles ich habe kopfschmerzen ja vielleicht weil ich nicht genug geschlafen habe wie wärs dann mal mit schlafen du solltest dich ausruhen der professor agrees please rest at least until the task is at hand du schlafen gehört ja das hast du dann weiß ich aber auch nichts davon wisst ihr was von dem fest ich höre nur schluck auf wo ich probiere noch mal das turnier der tadellosigkeit wird schon schief gehen oder so ich habe mittlerweile mehr schaden cool das ist ein grausiges partys untersagt dieses mal kommt sie okay hat blub gesagt was 8 ball kommt dieses mal ein sieg schaue tief in dein herz und du wirst die antwort wissen das ist es ist es es ist es ist es ist es ist die ein nicht Nein! Ja, ich möchte mich einmal einhalten. Köppen! Hoa! Ha-ha! Was ist das? Piener! Ohhoh! Easy. Okay. Liga Lanze als Siegesbelohnung erhalten. Ja, das Preisgeld halt. Impressive. Nice work. Starkes Band. Ich hoffe, uns gelingt das auch. Freitstiefel, Landschaftsgemälde. Ich, ähm, das war zu viel. Glückwunsch, dankeschön, hab ich gleich gesagt. Ja. So, Annette, du darfst. Hier, Magierkampf. Klatsch sie alle weg. Mein Herz hat das auch gesagt. No, dann geht's hin. Keiner macht Annette platt. Kann fliegen. Er hat nicht mal einen Schaden gemacht. Oh, der macht Schaden. Oh, 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 ganze zwei Stück. Wird ein enger Kampf, also. Hm, Dorothea. Boah, vier Schaden. Das tut immer mehr. Halbfinale. Boom. Easy. Oh, ganze neue Schaden. Sorry, Lucy. Tschüssi. Gewonnen. Hey. Easy. Oh, ja. Oh, bochtouf, die Zeugel. Woohoo. So. Okay, Mama. Ren, kleine Magistra, Ren. So viele Leute. Hey du. Äh, ich mach mir trotzdem Sorgen. Ja, das ist doch bestimmt in deinem Interesse. Ich mach mir aber Sorgen. Frag mich, was sie vorhat. Faszinierend, dass sie mich im Faustkampf unterrichten kann. Durchbruch. Tschüssi. Hey du. Nö, ich bin Geralt. Nö, du darfst mich jetzt unterrichten. Nö, ähm, weiß nicht. Fliegen! Okay. So. Oh, hi. Jep, wir sehen aus wie Geschwister. Hm. Hm. Ja, Marsha. Gut. Nächste Person. Ähm. Hi. Ähm, hi. Kannst sagen, ich bin aber nicht der Commander. Oh. Tio. Ja. Ja. Verständlich. Ach, Menno. Immer nur gut. Gut. Was genau seid ihr wer ich? Äh, ich bin Naira. Ja. 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 Was? Was? Was soll ich machen? Ich zieh mich ganz sicher nicht aus. Oh. Yes. I, I should call Manuela. My apologies. Drecksau. Wie, was? Wo? Er wollte, dass ich mich frei mache. Er muss mich ja untersuchen. Hm. Hände ich ja. Wenn das Monastery gebaut wurde, war das Kingdom und der Allianz noch nicht mehr rum. Aber schau, wie lecker es in der Mitte des Empire. Kingdom und der Allianz. Das ist weirrt, oder? Vielleicht solltest du einfach nur deinen Geist frei machen. Und warum wollte er dann Manuela rufen, damit sie das macht? Also, mich untersucht. Also, mich untersucht. ...